Ach guck mal, hier ist ja niemand, der mir entgegenkommt. Hier ist ja echt niemand. Ich hab's voll erratet, dass wir falsch Crash machen oder so. Wir lassen sogar die Autos hinter uns. Na... Das ist ne ganz super Ansicht. Da... Habe ich mich erschrocken? Na, Pum. Erstmal alles andere anfassen. Wie viel Schaden haben wir? Oh Mann, ey. Voll wenig Geld jetzt gleich. 425 haben wir den gerade eben für den Job gerade eben. Ach so, ne, du kriegst ja auch mal selber die Empfehler, muss ja selber gezahlt. Ne, mein Lieber. So nun nicht. Wie er abgebremst ist. Hui. Hui. Wie soll er bremsen? Gold. Was? Oh ne! Hat er es so schnell? Er bemerkt dann doch. Scheiße. Das ging ja schnell. Nein! Oh ne, ey! Ich verliere hier Geld! Ehehä. Egal. Hui. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Boah! Boah! Alter, aber der Schl- also. Ich häng da jetzt aber nicht hinterm Berg fest, oder? Hui. Hätte mich fast gedreht. Ja, also die Schatten sind einfach nur der Burner. Muss man einfach sagen. Also diese Feinheit in diesen Texturen. Von Vierecken. Ach ja, ach ja. Irgendwie ist mein Auto kaputt, oder? Ich fahre nämlich nicht schneller als 48 Grad. Oder fahren wir bergauf? Wir fahren bergauf, oder? Ja. Der erste Aufenthalt in Duisburg! Huuui! Huuui!!! Huuui... ich war schon wieder so ein Mercedes die äh nicht Mercedes oh das Schild hab ich mir mitgenommen das ist noch nicht so schlimm so hier muss ich doch joo hier hab ich ein bisschen mehr Platz als gerade eben ne an die ich komm rum den schieb ich weg so aber ich muss trotzdem wirken so 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 weg damit hier ist da gut so 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 Tonys.